Ist Wasserstoff der Energieträger der Zukunft? Japan hat sich darauf committet und auch Europa möchte verstärkt auf Wasserstoff setzen. Wenn man den ganzen Wasserstoff nutzen möchte, dann muss man ihn natürlich auch irgendwie herstellen. Und dafür kommt ganz besonders eine Firma in Frage, nämlich um die, um die es heute gehen soll, Nell Asa. Wir schauen uns in diesem Video mal Nell Asa ganz genau an, das Unternehmen aus Norwegen, genauer gesagt aus Oslo. Womit verdient Nell Asa sein Geld? Welche Geschäftsbereiche gibt es? Und gibt es wirklich gute Chancen für uns als Anleger, auch in Zukunft, dass wir mit Nell Asa als Anteilseigner viel Geld verdienen können? Fangen wir also vorne an. Nell Asa ist also ein Unternehmen, was aus Oslo kommt, den Hauptsitz dort hat und war früher bekannt als Diagenic Asa. Der Börsenwert aktuell, die Marktkapitalisierung, beläuft sich auf ungefähr 2,5 Milliarden Euro. Und damit, das ist ja immer interessant, wenn man das vergleicht mit Unternehmen, die man hierzulande kennt, ist man ungefähr auf einem Level mit Unternehmen wie TUI, Metro oder auch die ProSiebenSat.1 Media Group, nur um das mal einzuordnen. Anfänglich hat man sich fast ausschließlich um das Thema Elektrolyse gekümmert. Man hat also Maschinen gemacht, um eben Wasserstoff zu gewinnen, nämlich aus Wasser durch die Abspaltung von Wasserstoff und Sauerstoff, die man dann trennen kann in zwei verschiedene Gase. Und diese Elektrolyseure sind auch heute noch voll in Nell Asas Hand. Also noch heute gilt man hier als Weltmarktführer und das ist auch kein Wunder, denn von 1927 an hat man sich wirklich um den Bau dieser Maschinen gekümmert und das auch fortwährend weiterentwickelt. Und so war man auch andauernd immer Vorreiter, wenn man neue Maschinen installiert hat, neue Elektrolyseuren, weltweit immer der Leader. Das Problem ist an diesen Maschinen oder an diesen Herstellungsverfahren, dass das sehr teuer und sehr aufwendig ist. Das war früher so und das ist heute teilweise immer noch so, wenn es das verbessert hat. Das Problem ist nämlich, wir brauchen teure Materialien, wir brauchen einen sehr energiereichen Prozess, um das ganze Verfahren Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff, wovon man dann eben den Wasserstoff eben vorwiegend nutzen möchte für die Zero Emission Technology. Das ist eben alles sehr, sehr aufwendig und somit auch sehr teuer. Das heißt, wir werden auch nachher noch sehen, dass Nell Asa im Moment nicht gerade profitabel ist und das Ganze sich eher in der Zukunft abspielen sollte. Ja und in 2003 hat man dann auch die erste Tankstelle zur Betankung von Wasserstofffahrzeugen, mit anderen Worten Fahrzeuge, die mit der Brennstoffzellentechnologie sich fortbewegen, dass die die Möglichkeit haben, dort zu tanken. Das war die erste öffentliche Wasserstofftankstelle, die man dort installiert hat. Inzwischen ist Nell Asa zu einem kompletten Wasserstofflösungsanbieter geworden. Das heißt, man macht alles von der Produktion der Elektrolyse bis hin zu der Verteilung und auch letztendlich die Betankung von Fahrzeugen. Also man ist da ziemlich breit unterwegs. Zudem ist man auch nicht nur in Norwegen aufgestellt, sondern man macht die Umsätze in vielen Ländern, darunter auch führend die USA und dort hat man auch eine Tochtergesellschaft. Allgemein hat Nell Asa sowieso ziemlich viele Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Sitzen. Das Bewundernswerte ist, dass Nell Asa nur 310 Mitarbeiter hat. Wir reden also wirklich um einen kleinen Konzern in einer Nische Wasserstoff. Aber positiver Punkt, wir reden hier anscheinend über Spezialisten, die nichts anderes gemacht haben seit 1927 und das sind ja schon fast 100 Jahre mal grob über den Daumen gepeilt. Aber man muss sich natürlich vor Augen halten, weil ich ja gerade die Marktkapitalisierung schon verglichen habe mit Unternehmen wie der Metro oder der TUI. Und wenn man da auf diesem Level ist und man sieht jetzt, dass Nell Asa gerade mal mit 310 Mitarbeitern unterwegs ist, dann ist das natürlich schon ziemlich übel von der Bewertung. Das können wir schon allein aus diesen Informationen, ohne fundamental uns was angesehen zu haben, können wir das schon mal erahnen. Blicken wir mal auf das Management. Das ist ja immer sehr, sehr wichtig, denn das Management, da sitzen die Leute, die dieses Unternehmen lenken. Und bei einem solchen Wachstumsunternehmen ist das natürlich noch mal viel wichtiger, weil sich sehr, sehr viel von der Bewertung in der Zukunft abspielt. Der aktuelle CEO heißt Jean-André Locke, auch da hoffe ich, ich habe das richtig ausgesprochen, ist seit 2016, Anfang 2016, also fast 5 Jahre nun in diesem Amt und hatte vorher Positionen inne bei einem Siliziumhersteller. Das ist miteinander verwandt, auch wenn euch das nicht auf den ersten Blick vielleicht klar ist, denn man braucht für diese Elektrolyse, für dieses Verfahren in diesen Maschinen, da sind sehr viele hochwertige Materialien verbaut und deswegen hat man da auch irgendwo die Brücke zwischen Silizium, Edelmetalle allgemein und eben diesen Maschinen. Deswegen ist diese Verknüpfung durchaus gegeben. Außerdem hat er noch viele Positionen in den Tochtergesellschaften von Nell Asa inne, was natürlich in gewisser Weise logisch ist. Da standen ziemlich viele Unternehmen, ich möchte die nicht alle an der Stelle nennen. Und er hält selber Aktien an dem Unternehmen, was natürlich ein Pluspunkt ist in Höhe von ca. 2 Millionen Euro und das ist natürlich schon mal was. Noch ein Wort zum gesamten Management. Mir ist aufgefallen, wo ich recherchiert habe, dass sich zwischen 2017 und 2020 ziemlich viel geändert hat. Das heißt, viele der Sitze im Management, egal ob jetzt der CEO oder der COO oder CFO und wie sie alle heißen, die sind eben alle gewechselt in den letzten Jahren, was an der Stelle natürlich erstmal ein Minuspunkt ist, denn anscheinend ist hier irgendein Umbruch erfolgt. So doch so blicken wir jetzt mal auf die Herausforderungen, die das Management denn ja meistern muss, um diese Technologie letztendlich konkurrenzfähig zu machen und komplett ohne Subventionen auch irgendwann mal auszukommen, was im Moment noch sehr der Fall ist. Bevor wir das machen, bitte ich dich einmal zu abonnieren, wenn du noch kein Abonnent bist und am besten noch auf das Glockensymbol daneben zu drücken, dann bist du demnächst immer mit am Start zu solchen Aktienanalysen, aber auch allgemein zu Geldanlage, an der Börse und so weiter. Und wenn du vielleicht schon Abonnent bist, dann tu mir noch einen Gefallen und teile einmal dieses Video. Das hilft mir und diesem Kanal hier einfach enorm, um die Reichweite zu erhöhen. Vielen Dank dafür. Kommen wir also zu den Herausforderungen. Und hier sind zwei primäre Herausforderungen zu nennen. Nämlich zum einen die Herstellung. So wie ich gerade schon angedeutet habe, es sind wirklich teure Materialien hier im Spiel. Wir haben einen wirklich energieaufwendigen Prozess, um diese Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff hinzubekommen. Und das Ganze, wenn es aufwendig ist und energieaufwendig, dann ist es natürlich auch teuer. Und das heißt unterm Strich, dass die Margen im Moment auch einfach nicht ausreichend sind, wegen dieser Technologie, um wirklich konkurrenzfähig zu sein. Und die zweite Sache ist die Speicherung dieses Mediums. Denn Wasserstoff ist sehr leicht und nimmt im gasförmigen Zustand ein sehr großes Volumen ein. Und deswegen muss man das Ganze verflüssigen, damit das Volumen kleiner wird. Aber hier muss man eben mit der Temperatur runter und das Ganze ist auch, muss man komprimieren und so weiter. Das Ganze ist unterm Strich sehr, sehr energieaufwendig und kostet natürlich auch wieder allein diese Speicherung. Ein weiterer Punkt ist, dass Wasserstoff auch noch sehr, sehr flüchtig ist. Also sehr, sehr dünn ist, nicht so dicht ist. Und deswegen hat man mit der Dichtigkeit von solchen Einrichtungen, wenn man das denn speichern möchte, natürlich auch herbe Probleme. Das sind wirklich technologische Herausforderungen, wo man auch wirklich schauen muss, werden die wirklich in den nächsten zwei, drei Jahren so sehr gelöst, dass wir wirklich wirtschaftlich hier unterwegs sind. Ich wage es fast zu bezweifeln, ob das in naher Zukunft so ist oder ob es nicht doch ein bisschen länger braucht. Aber so viel erstmal an der Stelle. Ich sage nachher noch zum Fazit, sage ich natürlich auch noch meine konkrete Meinung zu dieser Aktie. Wenn aber Nell Asa es hinbekommen sollte, diese Probleme zu lösen, dann geht es nur noch in eine Richtung, nämlich nach oben und dann wird die Aktie wahrscheinlich explodieren. Und dahinter, man darf ja nie vergessen, dass da eben auch Fördermittel hinter stehen, egal ob es jetzt Japan ist oder hier gerade im europäischen Raum natürlich die EU. Und sollte das Ganze gelingen, dann bietet sich mit Wasserstoff auch eine wesentlich bessere Methode, meiner Meinung nach, als eine elektrische Batterie. Denn man hat eine viel höhere Energiedichte und das Ganze ist wirklich nochmal ein bisschen besser von den Materialien her. Man hat keine Batterien und die Säure, auch Umweltschutz spielt hier natürlich eine Rolle und so weiter. Chancen sind also genug da. Schauen wir doch nochmal ganz kurz zur Vervollständigung auf die Geschäftsbereiche und da können wir zwei Geschäftsbereiche unterteilen. Nach Umsatz sieht es so aus, dass eben die ganze Herstellung mit den Elektrolyseuren 57% einnimmt und das Fueling mit 43% am Umsatz beteiligt ist. Das ist eben die Verteilung und auch vor allem die Tankstellen, die Nell Asa hier alle aufstellt. Zur Fundamentalanalyse würden wir nochmal jetzt kommen, wir können sie aber leider nicht richtig machen. Denn wir haben es mit einem extremen Wachstumsunternehmen zu tun. Wir schreiben seit Jahren Verluste und wir können hier kein KGV, kein KCV oder was weiß ich und die Margen und so weiter sich die anzuschauen und daran eine Bewertung wirklich vorzunehmen, macht einfach keinen Sinn. Was wir aber nennen können ist der Umsatz des letzten Quartals, der war 13,5 Millionen Euro und davon, wir reden jetzt nur über das Quartal, davon waren aber alleine schon die Umsatzkosten 24 Millionen. Das heißt, wir waren schon nach reinen Umsatzkosten, noch keine Finanzierung und so weiter dabei, waren wir schon negativ allein vom operativen Geschäft. Und dann kommen noch 47 Millionen Finanzierungsaufwendungen da drauf und ja, das ergibt unterm Strich, die Summe brauche ich nicht zu sagen, einfach ein dickes Minus. Und so sieht es auch in den letzten Quartalen aus und in den nächsten wird es nur geringfügig besser. Die Frage ist eher, wie sieht es dann in zwei oder in drei Jahren aus? Was auf den ersten Blick positiv wirkt, ist die geringe Verschuldungsquote, die liegt nämlich irgendwo nur so bei 15% und jetzt könnte man ja meinen, ah ist ja super, hier wird ziemlich viel mit Eigenkapital agiert, wird ja auch. Das Eigenkapital, das stellen aber die Aktionäre, also wir, wenn wir denn hier investieren und hier hat man in den letzten Jahren, und dazu bilde ich jetzt hier mal noch die Grafik ab, hier hat man in den letzten Jahren enorm mit einem extremen Wachstum von Jahr zu Jahr die Anzahl der ausstehenden Aktien erhöht. Und das ist natürlich für uns als Investoren nicht so gut. Auf der einen Seite, klar, Enel Asa braucht Kapital, keine Frage, aber wenn natürlich wir eine Aktie haben und sich auf einmal die Anzahl der Aktien erhöht, der Börsenwert des Unternehmens aber ja eigentlich gleich bleibt, dann heißt das, dass der einzelne Anteil eigentlich weniger wert ist. Und da muss natürlich das Wachstum gegen Ankämpfen der einzelnen Aktien, wenn man denn so will, und ist unterm Strich für mich eher ein nicht so positives Zeichen. Ja und jetzt habe ich ja gerade schon was von 2022, 2023 gesagt. Schauen wir uns doch einfach mal den Ausblick an. Vom Umsatz her sieht es so aus, dass wir jetzt in den nächsten Jahren von der Prognose her 45 bis 60 Prozent Umsatzwachstum erwarten können bis 2023 von Jahr zu Jahr gerechnet. Das ist natürlich schon enorm und auch die Margen, die momentan noch stark negativ sind, sollen dann in 2023 tatsächlich positiv sein. Ob das wirklich gelingt mit dieser Technologie, das sei mal dahingestellt, wäre natürlich schön, wenn das passiert, aber man kann sich natürlich auch vorstellen, dass das in gewisser Weise passieren muss, um den aktuellen Kurs auch irgendwo zu rechtfertigen. Und damit kommen wir dann auch direkt mal zum Chart, den wir uns hier anschauen. Wir haben nicht so viel Historie, die wir hier nachweisen können. Das sind jetzt einfach mal hier die letzten anderthalb Jahre, die ich hier rausgezogen habe. Ja, wir haben zwar mehr Historie, aber das ist signifikant dafür, was auch in der letzten Zeit passiert ist. Deswegen habe ich das genommen und wir sehen hier natürlich einen guten Trend nach oben und im Moment seit zwei, drei Monaten haben wir in gewisser Weise eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Und das ist eigentlich als Zeichen der Stärke zu werten, rein charttechnisch. Wir sind also in einem langfristigen Aufwärtstrend, Punkt eins. Und Punkt zwei, wir sind in einer Konsolidierungsphase auf hohem Niveau. Schauen wir mal, wie das Ganze weiter aussieht. Ist auf jeden Fall ein Zeichen eher der Stärke und nicht der Schwäche. Will man hier also wirklich einsteigen, man hat sich das Unternehmen wirklich sauber angeschaut und analysiert, dann könnte rein charttechnisch jetzt ein guter Zeitpunkt sein, hier zumindest mal eine Tranche reinzugeben und zu beobachten, ob hier der langfristige Aufwärtstrend weiter bestätigt werden kann. Was ich euch noch zeigen möchte, ist der Vergleich zu den Wettbewerbern. Da habe ich hier mal Powercell und Ballard Power rausgesucht. Und damit möchte ich einfach zeigen anhand dieses Charts, dass das Ganze, ja, der Kurs von Nell Asa im Endeffekt von der Branche abhängig ist. Es ist nicht das Unternehmen selber, sondern es ist einfach die Branche. Und egal in welches Unternehmen, was mit Wasserstoff zu tun hat, hier in welches man investieren würde, die würden vom Verlauf her plus minus ein bisschen alle ungefähr gleich aussehen hier in den letzten Monaten. Wir haben also mit Nell Asa ein kleines Unternehmen mit wenig Mitarbeitern, was aber ganz klar konzentriert ist und fokussiert ist. Das ist auf jeden Fall positiv zu werten. Negativ ist zu werten, dass wir natürlich keine Gewinne schreiben und das wahrscheinlich auch erst in 2023 der Fall sein wird. Insgesamt ist es so, deswegen habe ich auch gerade die Analogie zu den anderen Wasserstoffunternehmen gezeigt, dass die Nell Asa Aktie auch eher davon abhängig ist, wie die Nachrichtenlage rund um die Zukunft des Wasserstoffs aussieht und nicht von dem Unternehmen selber. Das wird im Moment einfach von der Börse gespielt und wenn eine positive Nachricht kommt, dann geht es eben direkt nach oben und das Gleiche natürlich auch in umgekehrter Richtung. Und so lastet natürlich insgesamt auch viel auf Nell Asa an Druck für die Zukunft und das Ganze müssen sie natürlich auch erst mal erfüllen. Was wiederum Vorteil ist, ist, dass wir uns mit Nell Asa oder dass wir mit Nell Asa die Chance haben, uns daran zu beteiligen, dass die Energiewende natürlich vorangetreten wird beziehungsweise, dass wir ein Unternehmen haben, was in der Zukunft für Zero Emission steht und das ist natürlich auch was Schönes fürs Gefühl. Nichtsdestotrotz würde ich euch empfehlen, dass wenn ihr in Nell Asa investieren wollt, vollkommen in Ordnung, ist ein Wachstumsunternehmen. Ihr solltet euch aber klar machen, nicht so viel da rein zu investieren. Wenn dann nur einen kleinen Teil des Depots, denn wir haben hier ein Extremwachstumsunternehmen, was natürlich auch entsprechend Risiken birgt und man kann auch nicht ausschließen, dass die ganze Wasserstoffbranche in ein paar Monaten sich halbiert oder auch mehr, weil das einfach extrem von der Nachrichtenlage abhängig ist und wenn die Elektromobilität auf einmal besser ist oder irgendein Staat sagt, nee, wir gehen doch nicht auf Wasserstoff und so weiter, dann würde das Ganze natürlich ein Desaster für die Wasserstoffbranche bedeuten. Ich persönlich bin übrigens nicht in Nell Asa investiert und habe es auch nicht vor, denn ich konzentriere mich eher auf fundamental belastbare Werte, wo ich eine größere Historie habe und trotzdem noch anständige Wachstumsraten erkennen kann. Wenn du solche Aktien auch finden möchtest, dann kann ich dir ein Schema an die Hand geben und zwar schau dir mal dieses Video an, die goldene Aktienstrategie, da habe ich die Schritte erklärt, wie man genau zu solchen Aktien kommt. Oder schau dir doch mal hier unten 8 sichere Renditebringer mit Extremwachstum über Jahrzehnte an, auch ein sehr interessantes Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir alles Gute, bis dahin, euer Investierer. Tschüss.